Hallo, schön, dass du da bist. Diese Meditation soll dir helfen, mehr Selbstbewusstsein einzuladen und durch diese 50 positiven Affirmationen sollst du dich daran erinnern, was für eine unglaubliche Power du hast und wie unglaublich wichtig du bist. So finde einen bequemen Sitz und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Ziehe deine Schultern nach oben Richtung Ohren und lass sie dann wieder nach hinten unten sinken, sodass sich dein Brustkorb schön nach vorne öffnen kann und stell dir dann vor, wie du von deiner Spitze deines Kopfes einen goldenen Faden hast, der hoch in den Himmel geht und der dich nochmal schön aufrecht sitzen lässt und deine Wirbelsäule aufrichtet. Und dann legst du deine Hände gerne mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel ab. Und nun nimm einen tiefen Atemzug durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Noch einmal tief durch die Nase richtig tief in deinen Bauch einatmen und dann atme alle Luft durch den Mund wieder aus. Und noch einmal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. füll dir durch jede Einatmung ganz viel Entspannung jetzt in deinen Körper und bei jeder Ausatmung lässt du alle Anspannungen los. Nun erlaube deinem Atem, dass er von ganz natürlich seinen Rhythmus findet und beobachte deinen Atem einfach nur. Erlaube dir über deinen Atem ganz im Hier und Jetzt anzukommen, in diesem Moment und in diesem Augenblick. Erlaube dir mit jedem Einatmen noch mehr zu entspannen und mit jeder Ausatmung noch mehr bei dir anzukommen. Und dann spürst du, wie innere Ruhe in dir entsteht und bringe deine ganze Aufmerksamkeit jetzt in deinen Brustraum, dort, wo dein Herz für dich schlägt. Spüre die Energie deines Herzens und wie du dich jetzt bewusst mit deinem Herzen verbindest. Stelle dir hier ein helles, weißes Licht vor, das dich nährt, dich erwärmt von innen heraus. Bei jeder Einatmung wird das Licht noch etwas heller. Bei jeder Ausatmung posiert das Licht in dir wie eine Flamme, die spürbarer wird, wenn du tiefer ein- und ausatmest. Diese Energie erinnert dich daran, dass diese Verbindung in dir besteht und du jederzeit Zugang zu dieser Verbindung hast. Aus diesem Raum der Sicherheit, der Liebe, des Vertrauens wiederhole folgende Sätze. Stell dir vor, wie die Worte dein Herz erreichen und von dort in deinem gesamten Körper und in jede Zelle weitergetragen werden. Wenn du folgende Sätze hörst, nimm dir Zeit, diese für dich in Gedanken zu wiederholen und bleibe in Verbindung mit deiner tiefen Atmung. Ich bin mutig. Ich bin in meiner Kraft. Ich finde immer zurück zu mir. Ich sehe die Welt neu. Ich bin behutsam mit mir und mit anderen. Ich vertraue mir selbst. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Voller Energie verfolge ich meine Ziele. Ich bin in meiner Kraft. Ich bin achtsam in jedem Augenblick. Ich bin stark, mutig und clever. Ich bin bereit, nachzugeben. Das Universum schickt mir immer das, was ich brauche. Ich bin ruhig und gelassen. Ich liebe mich selbst, so wie ich bin. Ich erkenne meine Ängste an. Es ist in Ordnung, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Es ist in Ordnung, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Das Leben ist schön. Das Leben ist immer für mich. Mein Ziel findet mich. Alles ist für etwas gut. Es finden sich Lösungen für all meine Probleme. Ich verdiene nur das Beste. Mein Leben ist friedvoll. Ich vertraue dem Fluss des Lebens. Mir geht es gut. Ich erkenne mich an für das, was ich bisher erreicht habe. Ich bin wertvoll und wichtig. Ich nehme mir Zeit für mich und genieße die Auszeit. Ich verlasse mich voll und ganz auf mich selbst. Ich lasse es selbstzweifellos und spüre dadurch meine innere Kraft. Ich gehe meinen eigenen authentischen Weg. Mein Leben ist ein Geschenk. Ich darf sein, wie ich bin. Ich habe meinen Platz im Leben. Ich vertraue meiner inneren Stärke. Herausforderungen im Leben nehme ich als neue Chance an. Verzeihen schenkt mir inneren Frieden. Ich bin unabhängig und erfolgreich. Ich kann loslassen. Ich mache aus jedem Tag einen guten Tag. Ich gebe zu jedem Zeitpunkt mein Bestes. Zwischen Himmel und Erde bin ich. Ich akzeptiere mich vollkommen in meiner Unvollkommenheit. Ich bin reich. Ich traue mich, zu zeigen, wie ich bin. Ich bin gut genug. Ich achte auf meine Intuition. Ich lerne immer besser anzuerkennen, was ich nicht ändern kann. Meine Seele ist frei. Ich stehe für mich ein. Und dann atme noch einmal tief ein und aus. Und fühle die heilende Worte und die Energie, die durch dich ein- und ausströmt. Danke dir selbst, dass du die Reise nach innen gegangen bist. Und wisse, dass du jederzeit zu diesem Ort in dir, zu deinem Herzen zurückkehren kannst. Dieser Ort bietet dir Sicherheit. Dort findest du alle Antworten und weißt, was in dir bereits alles existiert. Du hast nämlich alles in dir. Du musst dich nur daran erinnern und durch deinen Atem immer wieder in diesem Moment finden. Die Gegenwart zeigt dir, dass alles gut ist. Dass du nichts vom Außen brauchst. Alle Antworten sind in dir. Ich danke dir für dein Vertrauen und wünsche dir alles Liebe. Bis ganz bald. Namaste. Alles gut, CHEF, ich danke dir. Die Gegenwart Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020